Hallo zusammen, wir sind es wieder einmal von Bürgschaft filmen. Wie ihr es vielleicht auf Facebook schon mitgekriegt habt, arbeiten wir wieder an einem neuen Projekt. Aurora wird sie das Ganze nennen. Und dafür haben wir sie heute schon Drehorte angeschaut, haben eine Kameradrohne inspiziert. Und das Beste kommt wie immer zum Schluss. Wir haben unsere weibliche Hauptdarstellerin heute getroffen und kennengelernt, die charmante Julia. Wow, hallo. Ja Julia, sagst du noch was? Ja, es freut mich voll, dass ich heute hier bin und dass ich euch Toner gelernt habe. Bestimmt. Ihr kennt mich vielleicht von Magic.mear. Und ich finde das voll cool, dass ich da zwei Filmgruppen bzw. eine einzelne Person verbinde. Man könnte also sagen, blau trifft rosa. Genau. Und ich bin schon voll gespannt auf das Projekt. Ich fühle mich voll geehrt, weil ich die Hauptdarsteller spielen darf. Ja, und jetzt ist genau ein echter Aufruf. Wenn ihr bei unserer Filme mitarbeiten wollt, ich weiß, das ist der Traum von jedem kleinen Mann und Mädel, bitte meldet euch. Wir haben für jeden sicher eine Rolle dabei, egal ob ihr viel Zeit habt oder wenig, vom Statist bis zum großen Leinwandstar. Bitte meldet euch am besten einfach auf Facebook. Und ja, stöbert ein bisschen bei uns ein, bei der Bürgschaft Film, bei der charmanten Julia von Magic.mear. Und als kleines Schmankerl jetzt noch heute die Probeaufnahmen von unserem neuen Spielzeug für den Film Aurora von unserer neuen Drohne. Ciao, ciao. Ciao, ciao. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020